Lass mich raten, du guckst dir Möbel an. Falsch. Wie? Sag bloß, die Wohnung gestern war nichts. Dabei war sich Sebastian so sicher, dass du sie lieben wirst. Ja, der hat er ja auch recht, aber leider ist sie unbezahlbar. Schade. Naja, unter den Umständen wollen wir mal nicht so sein. Dann darfst du Sebastian doch mit in die WG bringen. Obwohl er nicht putzen kann, ständig das Klo blockiert, euch den Sauerstoff wegatmen. Ja. Oh, das ist so großzügig, wenn ich überhaupt nicht was ich sagen soll. Ein schlichtes Dankereich. Obwohl ihr gar nicht so Unrecht hattet mit eurer Showanlage gestern. Ah, es geht um die Wohnung. Ich hab schon gehört, du hast sie verschmäht. Schön wär's. Sie ist schlicht unbezahlbar. Und nein, ich möchte nicht, dass Sebastian sie für mich bezahlt. Ich glaube aber, das hätte er gerne gemacht. Wie hat er denn auf deine Absage reagiert? Zum Glück sehr verständnisvoll. Oh. Und tschüss. Wieso tschüss? Ich bin doch gerade essen. Oh, ich weiß wie Mail an die Firma. Ich bin fertig für heute. Das ist super. Ich hab nämlich heute auch frei und ich weiß auch schon, was wir mit dem Tag anfangen können. Ich auch. Judith ist den ganzen Tag auf der Baustelle. Und wenn ich sich die Jungs ganz gut betze, dann kann ich noch ein paar ungestellte Stunden für uns raus schlagen. Das wird nicht nötig sein. Ein Schlüssel? Dein Schlüssel. Für unsere neue Wohnung. Aber ich hab doch gesagt, dass ich mir die Miete nicht leisten kann. Wer spricht von Miete? Ich hab die Wohnung gekauft. Für uns. Wir bei uns. Wir sehen uns. Auch. Wir sehen uns. Ecken uns. Liebeey